...dem sie Galus ermordet hat. Eine Ruine namens Schneeschleierzuflucht. Wir müssen dorthin gehen, bevor sie wieder verschwindet. Okay, wir? Ja, ich begleite euch. Hier ist eure Bezahlung für Einsamkeit. Bereitet euch vor und trefft mich so bald wie möglich bei den Ruinen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns entwischt. Okay. Abgespeichert. Ich werde jetzt mal zu den Ruinen reisen. Gucken wir mal auf die Zeit. Schon viel zu spät. Windhelm und... Ja, wir reisen erstmal dahin. Warum ich auch immer dahin soll. Gleich zwei Orte auf einmal. Ich werde einfach mal mitspielen. Und mal raten, was mich jetzt überrascht. Was mich jetzt... War, was ich machen muss. Ah. Es geht nicht über Abgeschworene... Gut euch an meiner Seite zu... Ich bin beeindruckt. Die Abgeschworenen machen für gewöhnlich kurzen Prozess mit Söldnern. Aber ihr habt euch um sie gekümmert. Hier ist eure Belohnung. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Das eine hat sich erledigt. Ich denke mal, jetzt muss ich hier wieder raus. Das ging aber jetzt schnell. Ja, findet ihn doch einfach mal. Und nicht immer nur quatschen. Ähm, Diebesgilde? Da soll ich jetzt nochmal hin. Dann haben wir die Ladezeit. Auf jeden Fall sie kürzer als bei einigen anderen Spielen. Das finde ich bei den Spielen schon mal ganz gut. Obwohl es so groß ist und so umfangreich. Einmal hier. Muss ich da durch. Okay. Ihr seid also der neue Rekrut. Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertraut machen müssen. Warum? Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr... Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Gut. Äh, gibt es etwas, wofür ihr nichts verlangt? Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heulern niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen. Auf intelligent. Was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Okay, verstanden. Gut. Dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. Okay. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Jetzt muss ich auf jeden Fall wieder in die Richtung. Gott, das ist ja ein Hin und Her gelaufen hier. Ähm, jetzt muss ich hier hoch. Lass mich raten. Jetzt muss ich wieder runter. Ich muss auf jeden Fall hier runter. Äh, ich gucke aber erst mal auf die Karte. Und da muss ich auch noch hin nach Windhelm. Das sieht aus wie so ein Ankerteil für große Schirrfung und das Seil durchdreht. Ähm, ich muss auf jeden Fall hier raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder rein muss. Und da halte dich mit Tomala. Ich muss definitiv hier rein. Es ist auf jeden Fall was in dieser Stadtrunde, was ich erledigen muss. Äh, vielleicht da hinten. Ich gehe immer mal lang. So, Palast der Könige. Das soll ich hier irgendwie rein. Da ist er. Okay. Zuerst, ratet mir, warum will ein Bretoner für Himmelsrand kämpfen? Daran gibt es nichts auszusetzen. Solange ihr das Kaiserreich so sehr hasst wie ich, kann ich damit leben. Gut, deshalb bin ich hier, ich möchte mich euch anschließen. Aber auch nicht. Schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Die Art von Prüfung, an der sich wahre Männer messen. Ich schicke euch auf die Schlangenstein-Insel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genutzt. Okay. Gut. Jetzt muss ich mal gucken. Keinen... Was mal. Ich bringe die ungewöhnlichen Edelstein jetzt zu Diebeskirte. Triffmesser frei in der... Da will ich hin. Ich war die ganze Zeit in der falschen Mission. Ich weiß gar nicht, warum der es gemacht hat. Ich habe jetzt irgendwie alles andere gemacht und war total irritiert. Ah, hier muss ich hin. Okay, nein. Da war ich noch gar nicht. Wo bin ich denn überhaupt hier? Dann reiße ich jetzt mal da rüber und laufe einfach mal kurz rüber. Äh, da lang. Ausdauer habe ich ja jetzt endlich genug. Dank Bionado. So. Das sind zwei schöne Tiger.